Hier der Blick am frühen Morgen. Es ist halb neun, auf die Anlage traumhaft schön. Heute ist Freitag und wir machen noch heute ein Frühstück, wo man serviert bekommt, hier beim Italiener. Das werden wir heute mal ausprobieren und schauen mal, wie gut es uns schmeckt. Züge mich ruhig jetzt.